so schönen guten abend mit noch die letzten licht adaptionen vorgenommen ich freue mich sehr dass wir hier in kleiner feiner runde zusammenkommen in nicht ganz und turbulenten zeiten freue mich auch persönlich sehr über das thema des heutigen abends mit kunst die welt retten wir als ludwig bolzmann ist tut für menschenrechte und als forschungszentrum menschenrechte der universität wien sind schon seit vielen vielen jahren partner des filmfestivals this human world und beschäftigen uns immer wieder zum einen mit kunstfreiheit aber auch damit wie kunst quasi ein mittel sein kann um menschenrechte vermitteln greifbar zu machen und sagen wie man sozusagen filme vor allem aber auch theater und musik nutzen kann um die themen die zu denen wir arbeiten zu vermitteln und uns ist aufgefallen dass in den letzten jahren künstler und künstlerinnen auch zunehmend stellung bezogen haben zu menschenrechtlichen themen in den letzten jahren vermehrt zum flüchtlingsthema in österreich war da wahrscheinlich eines der projekte die eine gewisse aufmerksamkeit erreicht haben die jammer brücke auf initiative des flüchtlings koordinators und ein bisschen auch des zentrums für politische schönheit insofern freut es mich sehr dass wir auf dem podium auch eine gruppe von künstlerinnen menschenrechtlerinnen begrüßen können die alle zu diesen themen arbeiten künstlerisch oder menschenrechtlich ich bedanke mich herzlich bei euch allen dass ihr es euch einrichten konntet hannes stretter leiter des ludwig-bolts-institut für menschenrechte katharina stemberger streitbare schauspielerin würde ich sie nennen die sich immer wieder klug zu wort äußert heinz patzelt die stimme der menschenrechte immer wieder und langjähriger leiter der wien woche und auch nicht ganz unmaßgeblich beteiligt an diversen politischen kunstprojekten und last but not least irene brigner die den anmoderieren wird vielen dank danke auch nachdem die annahmüller funkt mir die die vorstellung der runde schon wirklich aus den hand genommen hat werde ich jetzt darauf verzichten es noch einmal zu wiederholen und gleich einmal zur einführung in den heutigen abend ein paar worte sagen und zwar also erstens ist das geschehen was eigentlich leider in diesen bewegten zeiten zu befürchten war nämlich dass angesichts dessen dass heute die letzte große tv konfrontation zwischen den beiden bundespräsidentschaftskandidaten ist und auch sehr viele andere termine also ja eine kleine runde die aber vielleicht auch besonders motiviert ist hier zusammengekommen ist aber trotzdem ist gerade in der jetzigen situation ganz aktuell arm hat sich vor ein paar tagen wieder gezeigt wie aktuell das heutige thema tatsächlich ist und zwar am beispiel der anzeigendrohung der fbö gegen die heute hier anwesende schauspielerin und produzentin katharina stemberger die die künstlerunterstützungsveranstaltung für alexander van der bellen am pfingstmontag im konzerthaus mit organisiert hat das thema kunst und weltrettung also das thema kann die kunst die welt kann man mit kunst die welt retten hat aber auch eine reihe anderer fragen die damit im zusammenhang stehen zum beispiel jene des aufmerksam machens und zum denken anregens zum beispiel wie die annahme löfungkoch schon gesagt hat in den letzten jahren besonders im zusammenhang mit der flüchtlingsfrage aber auch in anderen bereichen ich glaube teil der wien woche die der herr gült schul ein paar jahre lang koordiniert hat war auch ein projekt das zum beispiel darauf hingewiesen hat dass ein großer teil der in österreich lebenden menschen die keine österreichische staatsbürgerschaft haben von der wahl von jeder art von wahl ausgeschlossen sind der wahlwechsel auch ein kunstprojekt mit politischem hintergrund es geht aber auch bei diesem thema von heutigen thema um die frage der provokation also auch um die frage um das bewusste brechen von geschmacklichen grenzen und auch um die berechtigung das zu tun also meiner ansicht nach meines ermessens ist es zum beispiel bemerkenswert dass in öffentlichen diskussionen um umstrittene äußerungen von künstlern und oder personen des öffentlichen lebens wie zum beispiel zuletzt rund um die affäre rund um den satiriker jan böhmermann sehr oft einerseits auf die angebliche geschmacklosigkeit der äußerungen bezug genommen wird oder der inhalte der kunst aber auf der anderen seite das aber auch von menschen geschieht die sagen man muss die künstlerische freiheit und die möglichkeit so etwas zu äußern hochhalten und es geht last not least auch um die freiräume die künstler und künstlerinnen brauchen um ihre arbeit zu machen also freiräume sowohl rechtlicher als auch sozialer als auch finanzieller art die in europa derzeit in immer mehr staaten beschnitten werden wenn man etwa die sich an die prozesse gegen die frauen bank bank pussy riot in russland erinnert oder auch umgekehrt betrachtet an diese neuen groß ungarischen oder polnisch nationalen kulturkonzepte in diesen beiden mittlerweile von rechtspopulisten regierten ländern kurz zum ende dieses abschlusses nämlich in den letzten wochen relativ intensiv mit den fbö parteiprogrammen beschäftigt und auch mit dem handbuch freiheitlicher politik und diese partei zielt auf genauso einen deutschen kulturbegriff ab wie er in den schon genannten ländern jetzt auch umgesetzt wird gut mit der diskussion zu beginnen ich wollte mit der frau stehenberger beginnen die aus verständlichen gründen gesagt hat dass sie zu der causa um die es da konkret geht inhaltlich nichts sagen wird aber vielleicht können wir sozusagen auf einer meterebene kurz drüber reden also die situation war die dass sie aufgrund einer äußerung haben jetzt vor der ankündigung stehen dass eine verhetzungsanzeige gegen sie gemacht wird oder auch anzeigen wegen anderer tatbestände was löst eine solche anzeigendrohung bei künstlern und künstlerinnen aus also in sowie weit wirkt so etwas ein schüchtern ihrer ansicht nach im heutigen österreich also wenn ich den raum nicht füllen dann habe ich was falsch gemacht ich weiß nicht ich glaube dass das dass das ziemlich individuell ist und die beste antwort darauf ist dass sich jemand jeder versucht vorzustellen wie es ihm oder ihr gehen würde ja und ich glaube dass es dass es ein unterschied ist wenn man sich wenn man bewusst provoziert oder wenn dinge aus dem zusammenhang gerissen werden und und das lustige ist was überbleibt ja großes missverständnis hat man eigentlich den eindruck und und wenn man jetzt über verhetzung spricht dann ist es ja sehr interessant was der rattenschwanz seiner angedrohten anklage ist nämlich massiv auf allen ebenen die es an kommunikation gibt wird man ganz hässlich bedroht und zwar das geht ziemlich weit also die letzten drei tage waren das sind verkappte morddrohungen so schlicht ist es und das hängt dann wahrscheinlich vom einzelnen ab wie man damit gut umgeht ja also ich glaube schon selbstverständlich hat das abhängig vom künstler oder von der künstlerin natürlich einen einfluss und das was es aber tut und das finde ich ist ganz schwierig wenn man jetzt nicht vollkommen gefühllos ist natürlich stellt man sich die frage hoppla hat man etwas falsch gemacht menschen fühlen sich beleidigt die ich weder kenne noch beleidigen wollte was so und es führt dazu dass man nicht frei sich sich äußert und und ich glaube schon dass dahinter system liegt das heißt es ist etwas was zu einer art selbstzensur dann verständlicherweise führt das ist die absicht ob es dazu führt ist eine zweite sache würde ich sagen ich möchte an dieser stelle jetzt einmal einfach nur sagen um welche äußerung es geht weil man ja doch nicht davon ausgehen kann dass alle menschen im saal das wissen also es geht um die äußerung wird folgendermaßen kolportiert in diversen agenturmeldungen und so weiter die frau stehenberger soll gesagt haben der kreativität sind keine grenzen gesetzt in der unterstützung von alexander van der bellen war damit gemeint nur nicht kriminell werden also nicht nicht sehr und nein dass bereits das stimmt nicht ging nicht um die unterstützung von alexander van der bellen es ging darum dass ich einen allgemeinen appell gemacht habe dass die leute wählen gehen sollen und ich habe gesagt und schaut dass jeder hat onkel taten nicht neffen ich finde ich habe gesagt ich finde es ganz schlimm ganz egal wem er wählt aber dass es ich finde schlimm dass die leute nicht wählen gehen und ich habe sie motiviert sie und dann kam das kreativität sind keine grenzen gesetzt und so und es ist lustig also wenn man will kann man wahrscheinlich bei jedem die wir hier sitzen irgendwas aus einem e mail aus einem sms oder was auch immer rauspicken und daraus etwas wahnsinnig hässliches machen ja da die frau stehenberger natürlich zur sache nicht sagen möchte möchte ich an der stelle den ein paar zelt fragen der glaube ich als generalsekretär von amnesty ähnliche prozesse wie sie da jetzt laufen wie man jetzt politische prozesse kennt aus anderen ländern kommt ihnen das bekannt vor diese art des vorgehens drohung mit anzeigen in einer bestimmten phase einer politischen auseinandersetzung auch künstlerischen auseinandersetzung dass das hat natürlich muster und system vorab fallen mir schon drei dinge dazu eine so erstens zumindest in österreich werden circa 95 prozent aller politisch angetreten klagen nicht eingebracht sondern sind einfach die reaktion der hilflosen die sich auf den schlips getreten fühlen und nichts besseres zu sagen haben weil sie kein argument haben jetzt klagen mal ich würde als allererstes einmal als kompliment nehmen dass ihre sätze angekommen sind das ist glaube ich der allererste punkt ist so zumindest habe ich die jetzt nicht dutzenden aber doch einige klagen die gegen mich oder gemein gegen eine organisation eingebracht worden sind in meinen mittlerweile 18 jahren dieser tollen aufgabe eigentlich immer verstanden und das ist immer gut gegangen ich tue mir natürlich leichter ich habe eine recht potente organisation hinter mir die mich da auch schützt dabei und eine gute rechtsschutzversicherung sollte man natürlich glaube ich immer haben aber natürlich ist das niederträchtig zweitens ist es schwachsinnig weil selbst wenn ich auf das je ein dilettieren juristische niveau herunterbegebe wenn sie dazu auffordern in diesem zusammenhang auch kriminell zu werden wenn auch nicht sehr zu was auch immer dann kann damit schon einmal nicht verhetzung gemeint gewesen sein weil das ist jedenfalls ein schwer kriminelles delikt und genau dazu nicht aufgerufen dass er die drohung geht schon vom wort laut der wargrafen ins leere und macht sich ein bisschen lächerlich nevertheless es gibt länder wo ich das weniger locker sehen würde und wir brauchen nicht wahnsinnig weit marschieren wir brauchen nur zum neuen großen freund der europäischen union in die türkei marschieren dort sind solche klagen natürlich lebensgefährlich weil nicht nur dass man dafür viele jahre in den bau geht offensichtlich ist man auch freiwillig um auf der straße dann vom nächsten besten menschen angeschossen oder auch erschossen zu werden wie in den vergangenen jahren und jahrzehnten immer wieder so das ist keine kleinigkeit trotz meiner etwas flapsigen einleitung und die politische kontroverse darf ruhig auch mal mit deftigeren worten und härteren metaphern geführt werden es gibt ein paar grenzen die man glaube ich nicht überschreiten sollte die ich hier überhaupt nicht sehen der überschreitung das ist die der echten ehrenbeleidigung der kreditschädigung also das weit unter der gürtellinie arbeiten aber natürlich müssen wir rhetorisch zuspitzen weil wir sonst nicht gehört werden in einer zu gespitzten und sehr schnelllebigen medienwelt und in einem rechtsstaat muss dafür platt sein lächerlich macht sich der der auf das niveau der gerichtlichen auseinandersetzung hinunter steigt weil er kein anderes argument hat umgekehrt klagen wir laufend derzeit den herrn janet weil er jeweils tief unter der gürtellinie arbeitet gewinnen auch immer wieder in gegen ihn und hoffen dass es irgendeine erzieherische wirkung hat also auch das ist element eines rechtsstaates dass in summe mal jeder gegen jeden klagen darf und richter und richterinnen hoffentlich vernünftig entscheiden wo die grenze des unzulässig einschüchternden im vergleich zum zurecht auch mit gerichtlichen mitteln wehren ist muss man glaube ich jeden tag neu ausloten und ich bin jetzt nicht dazu aufgerufen diese oder irgendeine andere äußerung zu bewerten wir alle sollen mit bedacht formulieren und auf der anderen seite machen sich gegner lächerlich die anstatt ins argument einzusteigen dann zum kadirennen beleidigt und dort typischerweise entweder gar nicht durchdringen oder verlieren noch einmal wir sind alle aufgefordert menschen die nicht funktionieren rechtsstaaten und da gibt es wahrscheinlich 160 davon und vielleicht 30 die halbwegs funktionieren unter gleichen bedingungen unter druck geraten ohne wenn und aber zu schützen weil dort schaut die welt natürlich noch einmal ganz ganz anders aus ja danke vielmals ich möchte jetzt zurück zur frau stehenberger kommen weil unser heutiges thema ja heißt also ob man mit kunst die welt retten kann also der fokus liegt jetzt einmal auf der kunst also würden sie sagen dass kunstschaffende mehr als andere menschen aufgefordert sind sich politisch zu äußern ich würde sagen sie haben viele möglichkeiten das zu tun und ich glaube dass das künstler in einem raum agieren und arbeiten der eins dabei hat und das ist ganz wichtig das ist die fantasie und wenn wir nicht fantasievolle ideen für die fragen mit denen wir konfrontiert sind entwickeln können das kann alles möglich sein dann werden wir als gesellschaft uns nicht weiterentwickeln und deshalb glaube ich dass die wahnsinnig wichtig sind und dass die ganz viel raum brauchen und da kann schon mal sein dass das übers ziel hinaus schießt da und dort aber aber die sind die sind ganz ganz wichtig um neue sachen entdecken zu können jetzt frage ich als journalistin um wo ist die grenze zur politischen äußerung also wir reden über die kunst und ihre äußerungsformen ja aber da da gibt es ja also wo ist die grenze wo sagen wir da ist ich habe nie verstanden dass man kunst in einem elfenbeinturm machen kann ich verstehe nicht wie man in einem geschlossenen system sich mit shakespeare-dramen auseinandersetzen kann schiller kleist wo es um ausschließlich gesellschaftliche fragen oft geht und dann zu sagen es hat aber nichts mit dem zu tun was uns umgibt also ich glaube dass das dass das ganz durchlässige wände sind oder sein müssen ich glaube sonst ist das tot sonst ist es eine tote kunst die sich selbst genügt aber die keine kraft mehr hat weil sie sich nicht mehr mit dem hier und jetzt beschäftigt aber es gibt ja durchaus auch künstler die sagen ich möchte völlig unpolitisch agieren ist das gibt es nicht ist also da kann jemand fünfmal sagen es unpolitisch ist er damit politisch das ist per se eine aussage kein mensch kann sich aus der eigenen geschichte heraus stehlen und wie man das jetzt nennt das ist ja hat er weder mit einer spezifischen weltanschauung noch mit einer partei zu tun ein mensch der in einem kontext in einer gesellschaft lebt ist ob es wird er nicht in einer politischen situation wenn er sind wenn er sich nichts denkt dabei ist er trotzdem in einer politischen situation glaube ich ich wollte jetzt den zweiten repräsentanten der künstler zunft sozusagen am podium genau das gleiche eben fragen würden sie das auch so sehen also herr gülsche ich kann da nur mich anschließen es macht natürlich sinn auch ein bisschen klarer zu werden worüber wir worüber wir sprechen also reden wir darüber dass sich künstlerinnen politisch äußern oder sprechen wir darüber dass künstlerinnen politische kunst machen und so wie kleist schiller und und shakes wir sehr wohl natürlich politische werke sind oder dass vieles von ihnen politische werke sind oder vielleicht auch alles auch das was halt einfach ins private geht das private ist ja auch politisch muss man doch genau noch mal drauf schauen was halt einfach die kunst ja auch politisch macht vielleicht und da können wir an die kunst genau die gleichen fragen stellen wie die kernfragen des politischen wer macht aus welchen gründen mit welchen zielen mit welchen absichten entwickelt eine haltung und was macht diese person daraus und ich glaube das ist eine frage die künstlerinnen sehr wohl sehr wohl auch beschäftigt weil sie natürlich auch in einem feld arbeiten das wie fast kein anderes feld des künstler des menschlichen schaffens in der lage ist menschen zu erreichen nämlich im innersten zu erreichen und das macht noch nicht das politische aus diese fähigkeit der kunst bewusstsein zu schaffen empathie zu schaffen aber das macht halt einfach ein potenzial aus ein politisches und vielleicht an die anfangs frage mit mit der anzeige von der fbw anschließen es gibt einen berühmten spruch über politische kunst nämlich dass sie nur jener art der künstlerischen arbeit wer wofür sich die polizei oder die staatsanwaltschaft interessiert und ich würde das vielleicht noch ein bisschen ergänzen nämlich dass sie nicht nur das ist sondern darüber hinaus tatsächlich eine art der künstlerischen arbeit ist die sich wofür sich die mächtigen interessieren weil sie tatsächlich im sinn hat diese mächtigen herauszufordern sie zu ärgern möglicherweise ihnen weh zu tun an grenzen zu überschreiten die sie setzen und darüber hinaus vielleicht noch tatsächlich im sinn hat den gesellschaftlichen wandel auch zum wohle nämlich aller menschen diesen unterschied müssen wir dann machen wenn dann wir haben darüber vorher geredet ob identitäre kunst machen oder nicht zum wohle aller menschen tatsächlich zum gesellschaftlichen wandel beizutragen und das ist die position aus der wir bei wien woche gearbeitet haben mit vielen projekten und ich denke dass halt einfach sehr sehr viele künstlerinnen auch aus der künstlerischen freiheit heraus genau daran arbeiten und und auch diese grenzen überschreiten weil es jetzt die identitären erwähnt haben denke ich mir vielleicht sollten wir da kurz auch darüber reden weil ich meine anspruch dieser gruppe als es eine gruppe die in österreich offenbar aus 30 personen besteht und die davon ausgeht dass die identität die österreichische die sehr deutsch gefärbte identität in österreich geschützt werden muss die haben ja auch eine vorstellung der änderung der gesellschaft das ist sie haben ja nicht vor kunst als solches zu machen aber könnte nicht jemand der von dieser seite kommt und kunst macht behaupten ich mache auch politische kunst wie geht es darum dass ich das deutschtum hoch halte und so weiter es gibt ja jetzt eine reihe künstler wird jetzt der name nicht ein dieses eine malers der ein lieblingsmaler von herrn hofer ist bodinger wiesinger genau das das könnte man das so nicht eigentlich auch sehen ja ich denke mir ich kenne jetzt die werke von dem herrn nicht aber er soll doch malen wir wissen es ist besser sie malen als sie tun es nicht ich würde gerne eine kurze anekdote einstreuen ganz kurz nur aus den sturm und drang zeiten meiner amnesty karriere wo ich also auf einem künstlerinnen podium saß und dort noch ungestimmt gefordert hat kunst muss sich menschenrechtlich engagieren und ein sehr renommierter sehr geschätzter ältere künstler damals mir entgegen geschleudert hat junger mann merken sie sich eins kunst muss gar nichts und ich gebe ihm heute glaube ich völlig recht das ist für mich zentrales element von kunst schlichtweg überhaupt nichts zu müssen sie muss weder überzeugen noch muss sie gefallen noch muss sie ankommen sondern kunst ist als höchst individuelle persönliche aktivität wirklich völlig frei in ihrer zielsetzung steht nicht über dem gesetz aber innerhalb des gesetzes des guten gesetzes hat sie keine aufgabe keine pflichten zu erfüllen kunst kann natürlich sich menschenrechtlich engagieren dann wird sie auch willkommen sein kunst kann politisch sein ich glaube der mann hat damals völlig recht gehabt und ich würde doch auch davor warnen jetzt kunst mit einem gesellschaftspolitischen pflichtenheft aufzuladen das ist schon auch nicht unheikel trotz aller wichtigkeit des engagements und mich würde sie interessieren wie das eine sehr politische künstlerin wie sie vor stemperger sieht diesen zentralen doch für mich recht zentralen satz nein ich muss auch nichts zum glück es interessiert mich nur so viel und ich glaube überhaupt nicht an politisch aufgeladene inszenierungen ich glaube an gute geschichten und und nur ein gedanke den ich den ich da sagen wollte vor jahren war ich das erste mal beim forum alpbach mit einem unserer filme und musste feststellen dass dieses geniale sehr geniale ort wo über politik und über gesundheit und über wirtschaft und zukunftsfragen und was weiß ich und wo ist der kunstsektor der wurde dazwischen immer eingestreut und dann habe ich gesagt aber das gibt es doch nicht ich meine das ist einer der großen plätze think tank und ihr behandelt das nur immer so wie was in der woche geht man dann in die oper und 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 lässt sich ein bisschen was irgendwie gutes tun wir beim massage oder so also wenn wenn an solchen plätzen man das nicht zentral hinsetzt als eine wichtige säule unserer gemeinsamen entwicklung dann dann lasst man einen großen teil aus wie gesagt es muss nichts aber es kann fehlen die kunst braucht keine freiheit ist die freiheit ich glaube das bringt sehr sehr schön auf den punkt wenn gleich jetzt das juristische sicht wir auch sagen müssen ganz absolute freiheit hat die kunst auch nicht auf den bühne zu gehen um den realen mord zu inszenieren karlein stockhausen hat durchaus schockierend nach 9 11 gesagt das ist das größte kunstwerk das je geschaffen wurde einige wenige menschen arbeiten fanatisch über jahre hindurch in der realen welt etwas zu inszenieren vor dem wir dann den fernsehern fasziniert vielleicht geschockt nicht vielleicht sondern sicherlich geschockt aber fasziniert diese bilder ansehen schockierend diese diese aussage und natürlich jetzt aus einer rechtlichen sicht kategorisch abzulehnen kunst hat sicherlich nicht das recht zu morgen aber es gibt auch aus der früheren geschichte sehr spannende metaphern zu dieser zu dieser sichtweise es war ein papst paul der dritte der über benvenuto cellini den berühmten renaissance künstler gesagt hat der ein mörder war ein gewalttäter ein vergewaltiger war und der großartige kunstwerke geschaffen hat den perseus mit abgeschlagenem haupt der medusa und er hätte vor gericht gestellt werden sollen und der papst hat gesagt greift mit dem benvenuto nicht an er ist ein künstler er steht über dem gesetz also das glaube ich würden wir heute nicht mehr unterschreiben ich darf ich noch zu dem was zuvor gesagt wurde noch etwas noch etwas ergänzen kunst ist nämlich muss kunst etwas oder ist sie vollkommen frei ich glaube auch sie muss überhaupt nicht sie hat fällige freiheit aber ich glaube schon dass wenn wir es betrachten kunstwerke künstler künstlerinnen betrachten kunst hat schon eine funktion in einer gesellschaft nämlich und das ist mein zugang zur begreifen der kunst zum verstehen der kunst sie kann die welt nicht retten glaube ich aber sie kann sehr viel sie kann unsere und sie erfasst unsere sinne sie aber fast alle fünf sinne sie kann emotionen schüren sie bringt im sinne von freud unbewusstes zum vorschein der künstlerin des künstlers vielleicht auch bei denjenigen die das kunstwerk betrachten auch wie ernst bloch das so schön gesagt hat das noch nicht bewusste also nicht einmal unbewusst das noch nicht bewusste wird sichtbar gemacht das unerklärliche wird manchmal durch ein großer dieses kunstwerk durch ein durch eine musik sinnlich irgendwie begreifbar wir setzen uns damit auseinander sie inspiriert uns ja wir setzen die kunst setzt signale dass plötzlich ein thema gesellschaftlich ein thema wird ein bild ja vielleicht ein künstlerisches bild das tote menschen zeigt mich erinnern mich jetzt dann das unglaublich dramatische bild des von napalm bomben halb verbrannten vietnamesischen mädchens das durch die reißfelder vietnams läuft das ist zwar nur unter anführungszeichen ein foto aber es ist von der ausdrucks kraft her für mich gerade so eine künstlerische hat eine künstlerische aussagekraft und hat eine signalwirkung entfaltet abschließend zum dazu insoweit übt kunst wenn sie nicht nur müssen wir sagen romantisierend idealisierend ist auch das gibt es ja schöne bildermalen ja und aber kunst hat und kann eine funktion in der gesellschaft ausüben und dazu braucht sie auch ein gewisses maß an freiheit sie braucht material und sie braucht freiheit aber über das können wir vielleicht später sprechen ja weil ich wollte jetzt wie du gesagt hast also das bild von dem mädchen aus vietnam sind mir zwei fragen jetzt gekommen das eine ist vielleicht sollte man darüber diskutieren inwieweit die realität in ihrer ganzen perversion die sie zum teil hat in aller gewalttätigkeit man tatsächlich als kunstwerk betrachten kann und das zweite was mir eingefallen ist es eine aktion eben im rahmen der wien woche diese aktion die toten kommen aber nicht im rahmen der wien woche okay das ist das zentrum für politische schönheit die das gemacht hat das ist eine künstlergruppe aus deutschland glaube ich hauptsächlich aus deutschland berlin wo er sohn also menschen die ertrunken sind im mittelmeer zum bundestag in berlin also zu dem gebäude gebracht worden sind um darzustellen dass es sie ja also das ist meine interpretation dass diese menschen tatsächlich gestorben sind dass diese das tatsächlich da drohdes gefahr existiert das ist ja sehr provokativ betrachtet worden jetzt vielleicht wie weit kann ein künstler in der wahrheit seiner mittel gehen und wo ist die provokation so dass dann der effekt entsteht den man sich wünscht und wo ist da eine grenze als erstes mag ich mal kurz die sens im am podium aussprechen nämlich dass kunst jetzt nichts muss das klar wir müssen ja alle irgendwie nichts wenn man das so nimmt nur die künstlerinnen leben nicht in einer blase die über uns schwebt und arbeiten daraus natürlich hat die kunst eine funktion aber der kunst wird auch eine funktion zugeschrieben sonst bräuchten wir weder kulturpolitik noch kunstmarkt noch kultur förderungen noch bräuchten wir die institutionen und so weiter die künstlerinnen sitzen nicht in ihren ateliers alleine da und malen und dann irgendwie fliegen diese bilder aus diesen ateliers hinaus und finden ihren weg sondern in der kunst finden halt einfach arbeitsverhältnisse statt in der kunst finden sehr wohl positionierung vernetzungen statt genauso und alle machtverhältnisse die in unser leben eingeschrieben sind sind genauso in das kunstfeld eingeschrieben und dafür muss man sich nur die die institutionen in denen kunst stattfindet auch anschauen ich war kürzlich als anekdotisch auch kürzlich bei einer veranstaltung in der josefstadt nämlich da war alles schwarze eingeladen corinna milborn hat moderiert edna naslan war eingeladen das thema ist eigentlich relativ irrelevant für die anekdote selbst es ging nämlich um um die vorkommnisse in köln es wurde sehr kontrovers nicht unbedingt am podium diskutiert sondern es meldet sich eine frau zu wort die ein kopftuch trug und sie wurde ausgebot vom publikum nämlich tatsächlich wütend ja so im zentral im zentrum sozusagen der der bürgerlichen kunst in 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 wien ja und und da habe ich mir aber nicht denken müssen was passiert jetzt mit dem bürgerlichen in österreich oder mit der mitte der gesellschaft sozusagen aber ich habe gleichzeitig auch denken müssen okay die josefstadt ist eine institution in der noch nie eine frau geleitet hat nicht einmal kaufmännische leitung was auch immer in der kaum frauen regie führen in der kaum frauen in verantwortlichen positionen sind halt einfach und dort diskutieren wir jetzt darüber über diese werte ja und und das ist ein das ist ein ort an dem kunst stattfindet das ist ein ort an dem die rahmenbedingungen für kunst gesetzt werden und darüber müssen wir sehr wohl auch reden nicht nur darüber was sich ein ein künstler sich denkt und kunst findet außerdem auch sehr oft in kollektiven statt ich meine das werden sie am besten wissen im aus dem theater ich habe von wegen geschichte geschichten ich habe letzten sommer in beim jedermann gab es einen kleinen zwischenfall wo die musikern einer stelle wo sie improvisieren aufgrund der anwesenheit von mein strache auch improvisiert haben und ein paar takte internationale gespielt haben ganz spontan und das war dann ein großer aufreger und dann gab es große diskussion darüber und ganz viele ich würde sagen durchaus in der jose stadt beheimatete theater verständige ich habe ganz viele briefe bekommen und und der grundton war eigentlich der dass man gesagt hat eine entschuldigung wenn ich meine karte kauf und ins theater geht dann möchte ich eine vorstellung ohne zwischenfälle erleben und ich habe dann einige monate später in einem interview darauf geantwortet wenn man das möchte da sind wir jetzt wieder mehr so in der dienstleistung dann soll man sich doch einfach hat dvd vom letzten jahr in eine schirm und sich das anschauen weil dann kommt ganz sicherlich nichts was man nicht schon kennt und und dann erübrigt sich ja das alles also diese ich glaube dass es so unterschiedliche auffassungen da gibt und und es gibt und das ist weit verbreitet dass kunst wie gesagt wie ein besuch beim friseur oder bei die kür oder so ist die die sollen das schön machen nicht stehen und 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 uns um gottes willen nicht mit einer eigenen meinung belästigen und ich glaube das ist wirklich das ist so weit verbreitet und und ich finde das ist ein punkt den man doch wirklich sehr hinterfragen sollte weil wie gesagt die archive sind voll da kann man sich ja viel anschauen aber heißt es nicht auch dass dann in an diesen orten der hochkultur die ja auch sehr oft sehr subventionierte kultur ist der anspruch von manchen regisseuren und auch anderen kunstschaffenden gesellschaftskritische inszenierungen zu machen vielleicht irgendwie verlorene liebes mühe zum teil ist wenn tatsächlich ein solcher dienstleistungs zugang existiert zu aufführungen der mir auch nicht ganz fern dass ich kann mir gut vorstellen dass das sehr oft so ist also diese diskussion kann man zum beispiel sehr gut umlegen auf das fernsehprogramm ich habe einen sehr schönen leitartikel vor vielen jahren in der süddeutschen gelesen wo es darum gegangen ist warum das fernsehprogramm immer schlechter wird und ähnlich wie da kann man nichts machen weil da kommen ja keine leiten schaut sich ja keiner an hat der schlaue journalist gesagt gut wir können davon ausgehen dass die menschen das wissen wir zwischen fünf am nachmittag und zehn uhr fern schauen und wenn wir ihnen qualitativ hochwertige sachen liefern würden was jetzt nicht heißt dass man sich bei jedem thema irgendwie am nächsten baum aufhängen muss weil das so schwere kost ist aber einfach qualitativ soweit hochwertig dass der der sich anschaut oder die die sich anschaut darüber nachdenken muss sie würden sich trotzdem anschauen das heißt ich glaube dass diese dieses argument es darf nicht es darf nichts weil sonst kommt keiner das stimmt nicht und die schutzbefohlenen sind ein wunderbares beispiel dafür da haben ja auch alle gedacht naja da wird keiner kommen da geht es um kriegsflüchtlinge und dann noch die jelleneck und jessas nah und das ist ausverkauft ständig ausverkauft der größte fehler besteht darin das publikum zu unterschätzen das das glaube ich ist und alles andere ist feigheit ich möchte jetzt zurückkommen auf die frage die ich da gestellt habe die auch in gewisser hinsicht im zusammenhang jetzt mit ihrer frage mit dem was sie gesagt haben steht nämlich die frage wann das publikum tatsächlich ab also sich zu provoziert fühlt also wie weit man gehen kann wie weit man gehen soll zum beispiel ein beispiel von dieser der aktion die toten kommen in der ankündigung der veranstaltung kam war ja diese aktion jamonnet brücke die wir mit mit dem zentrum für politische schönheit in wien gemacht haben beziehungsweise bei der wien woche gemacht haben groß angekündigt ich finde das also was da passiert ist ist halt einfach zentrum für politische schönheit hat ein ein video im grunde produziert in dem die republik österreich ankündigt eine brücke von tunesien glaube ich nach italien zu bauen und es angekündigt hat dass christian konrad gesprochen hat peter hoermann seder und und das wurde verbreitet über soziale medien und so weiter und das und ich finde gar nicht dass es so ein gutes projekt war nämlich weil sie eine bestimmte also mit in dem in dem fall eine bestimmte grenze nicht überschritten hat sie blieb halt einfach symbolisch es wurde zwar im rahmen des projekts auch im im mittelmeer eine rettungs insel eine kleine rettungs insel angebracht aber im grunde blieb das projekt symbolisch und was sie bei die toten kommen gemacht haben ist nämlich ganz was anders sie haben in italien tatsächlich wenn ich mich nicht täusche drei leichen von im mittelmeer gestorbenen flüchtlingen nicht ausfindig gemacht sondern mitgenommen nach deutschland und haben sie tatsächlich im muslimischen friedhof in berlin beerdigt und haben aber gleichzeitig angekündigt wir machen eine große aktion wo wir einen von diesen toten oder eine vor dem bundestag beerdigen werden und da kamen sehr sehr viele leute das wurde natürlich verboten und passierte natürlich auch nicht aber diese menschen haben halt einfach die wiese vor dem bundestag nicht nur besetzt sondern ausgegraben symbolische gräber geschaffen und so weiter und genau wie beschrieben ging es natürlich darum zu sagen hey es sind echte menschen die da sterben es sind nicht zahlen es sind nicht bilder es sind nicht angaben und ich finde halt einfach genau die stärke von einer kunst die etwas reichen will kann nicht muss nicht nämlich das ist halt auch mein punkt muss überhaupt nicht aber kann auch genau das sein nämlich über bestimmte grenzen zu gehen und die leute die personen die zuschauerinnen die adressatinnen sozusagen wirklich auch an ihre grenzen zu bringen und das macht das zentrum für politische schönheit und das und das man und die grenze kann auch das gesetz sein muss man auch dazu sagen ich finde gar nicht dass man das so relativieren muss ich weiß gar nicht ob du das wirklich so gesagt hast oder nicht oder so aber ich finde auch gar nicht aber ich finde das gar nicht einmal dass man das so relativieren müsste ich finde halt einfach ja sehr wohl wir können halt einfach uns an bestimmte regeln an bestimmten normen manchmal auch nicht halten wenn wir was verändern wollen und das muss nicht unbedingt etwas ganz ganz böses sein auch ich glaube auch dass ein ganz wichtiger punkt ist wenn wir nicht fähig sind auch in einer gewissen leichtigkeit zu reflektieren über sehr schwere themen also was ich einfach merke ist in dem moment wo so etwas wie ironie oder humor jetzt nicht natürlich nicht in dem fall reinkommt wenn wenn dinge kurz mal aus ihren positionen raus gehebelt werden auf die andere seite also geschmissen werden und wir schauen uns jetzt das problem von dieser seite an entweder sehr provokant oder mit sehr viel humor nur dann fangen wir an komplexe themen anders sehen zu können dafür glaube ich ist kunst ein ganz ganz wichtiger hebel und eine eine gesellschaft die aufhört oder die 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 angst hat davor dass fragen gestellt werden und dinge in frage gestellt werden die die ist über kurz oder lang über stagnation dem untergang geweiht das und dafür muss raum und platz sein okay wir haben jetzt auch in diesem diesem gespräch schon diesen punkt erwähnt den sie eingebracht haben nämlich die frage auch der der art und weise wie die kunst produziert wird unter welchen bedingungen sie produziert wird und da ist ja ein faktum dass in österreich und anderen westeuropäischen ländern die allermeisten künstler darauf angewiesen sind dass sie staatliche gelder bekommen damit ihre arbeit ausführen können jetzt ist natürlich auch die frage stellt die frage der abhängigkeit von künstlerischer produktion die die welt verändern möchte vom staat umgekehrt kann man fragen gibt es so etwas wie eine pflicht des staates künstlerische produktion zu unterstützen auch können auch kritische also wenn man das jetzt rechtlich anschauen ich bin sehr froh dass man nicht nur rechtlich diskutiert wir haben im staatsgrundgesetz die freiheit der kunst garantiert im artikel 17a wir haben mit der europäischen menschenrechtskommission das recht auf meinungsfreiheit das deckt auch die kunstfreiheit ab und nach der sogar nach der judikatur unseres verfassungsgerichtshofs können wir sagen dass die kunst genauso wie die wissenschaft die grundrechtlich garantiert ist auch institutionell garantiert ist also wissenschaftsfrei ist gut und schön aber wenn wir keine universitäten haben die vom staat bezahlt werden natürlich es gibt private universitäten aber die sind teuer wir können sie nicht alle leisten also auch kunst glaube ich braucht und soll einen institutionellen rahmen haben das ist in einer entwickelten rechtsstaatlichen demokratie ist das gehört das einfach dazu das heißt es soll und muss förderungen geben damit die 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 kunst ihrer gesellschaftlichen funktion auch gerecht werden kann auf der anderen seite wenn wir uns weltweit umschauen wo künstler künstlerinnen schwerst verfolgt werden wo zensur geübt wird haben wir trotzdem kunst ist kunst manchmal sogar ja übt eine in die im geheimen ausgeübt wird die die für die die für die versteckt er folgt ja gibt ein berühmtes beispiel schostakovich der mit seinen mit seiner musik eigentlich gegen das stalin linische system ja angegangen ist mit musikalischen zitaten ja also unter in der ddr wo man sehr subtil und auch im biedermeier wo sehr subtil kritik geübt wird am herrschenden system durch künstlerische aktivitäten wo kunst genau das macht was sie nach einem berühmten kunst philosophen herbert read immer ist nämlich stets revolutionär sie sie will bestehendes in frage stellen und sie tut es ganz automatisch ja mit den meisten künstler die meisten künstler stellen automatisch irgendetwas in frage und und so gesehen kann natürlich auch in einem system das höchst repressiv ist herausragende kunst entstehen die keinen institutionellen rahmen vorfindet damit will ich jetzt nicht sagen die kunst kunst also repressiv der kunst gegenüber aufzutreten und und zensur zu üben ich will nur meinen sie hat eine enorme kraft die auch außerhalb eines institutionellen rahmens sehr wesentliches bewegen kann herr batzelt haben in der vorbesprechung über dieses thema geredet nämlich die frage der verpflichtung des staates kritische kunst zu fördern und sie haben da eine eine dissenz in diese richtung geäußert zumindest nachzudenken dissenz was glaube ich nicht geht ist dass wir ich sag jetzt ein bisschen überspitzt rosinen picken zu lassen dass die kunst einerseits vollkommen frei ist und andererseits selbstverständlichen anspruch auf breiteste staatliche unterstützung hat ich stelle das aus mehreren gründen ohne dass das jetzt bitte eine ausgereifte dogmatisch überprüfte menschenheitsposition wäre sind eher gedanken oder nachdenk fragen dazu wenn kunst von uns allen finanziert werden soll der durchaus nicht freiwillig gezahlter steuer muss es irgendjemanden geben der entscheidet wer kriegt wer kriegt nichts und dort wird es meiner Meinung nach sehr heikel jedenfalls falsch ist es dann wenn wir dann also politisch willkommene kunst haben also wenn wir dann einen parteipolitischen kulturbegriff plötzlich haben das ist sicher ein albtraum hübscher wäre es zu sagen und das ist natürlich genauso ein holzweg dann gleich zeigen wird zu sagen ja es muss relevant sein es muss gesellschaftspolitisch bedeutsam sein es muss menschenrechtlich wertvoll sein wenn ich mir was wünschen kann da da wird es ganz ganz schwierig nach welchen kriterien sollen wir denn wenn wir es nicht aus tiefer überzeugung und freiwillig durch ankauf durch kartenkauf durch besichtigungszahlung oder wie auch immer unterstützen da habe ich viele fragezeichen dazu insbesondere dort wo auch unser ja nicht gerade bettelarmer staats laufend in anspruch nimmt grundlegendste menschenrechtliche verpflichtungen mangels dazugehörigen budgets nicht erfüllen zu können also wenn wir nach knapp 83.000 flüchtlingen die ohren anlegen und sagen uns droht es demnächst jetzt nicht nur das staatschaos und auch der staatsbankrott wenn wir es nicht schaffen ein menschenrechtlich zutiefst gebotenes egalitäres bildungssystem anzubieten wenn wir es nicht schaffen medizinische versorgung für alle menschen die das brauchen und bester qualität zur verfügung zu stellen also es gibt eine variante zu sagen bevor irgendetwas zusätzlich ausgegeben wird und ich fürchte in diesem bild ist die kultur und die kunst in der kategorie zusätzlich und nicht kern müssen zuerst die menschenrechtlichen grundaufgaben abgedeckt sein und dann werden wir glaube ich zu nichts anderem kommen hat natürlich die hoch fragwürdige geschichte dass ich dann kunst und fußballplatz und kreisverkehr als weitere lebenserleichterungen in ein und dieselbe kategorie stellen und ich hoffe sie werden laut aufschreien wenn ich das tue ich suche noch immer nach der grenze dessen wo die pflicht steuern zu zahlen was ja auch ein gewisser anschlag auf mein menschenrechtliches recht auf eigentum ist das jedenfalls geboten ist wenn der staat menschenrechtliche pflichtaufgaben erfüllen muss was soll das sonst tun auf dem staat wo dazu die grenze ist und wer wann wie sagt diese kunst ist jetzt steuerlich förderungswürdig und die ist es nicht haben den ich es mehr so ich mal da nur fragezeichen die gegend ich habe keine ganz sicher keine menschenrechtlich verbindlichen antworten schon keine ähnliche antworten drauf aber wie tun man damit die kunst die alles darf und nichts muss kann nicht auch noch sagen und das bitte auf allgemeine kosten glaube ich das würde jetzt meinem zutiefst steuerversen auch als angestellter der steuern zahlen soll verständnis doch ein wenig widersprechen ja also das würde ja irgendwo auch dann heißen dass nur kunst wirklich frei sein kann wenn sie einen zahlungskräftigen privaten mizzen hat aber ich weiß nicht wer als erster jetzt darauf antworten möchte naja also das mit dem das was was da muss ich schon und ja ich schreie auf weil weil man da außer acht lässt dass die menschen die in den meisten fällen nicht anders können als als künstler zu leben weil sonst tut man sich das nicht an also die romantisierte form dass das irgendwie sein unglaublich bei mir und die können machen muss wollen und das ist alles super das ist sicherlich einer der ungemütlichsten berufe die man sich aussuchen kann und ich habe gerade letzte woche mit einem hohen beamten der stadt wien zum thema kunstförderung ein interessantes gespräch geführt der wo es genau darum gegangen ist der gesagt hat ja und zum beispiel in der stadt wien ist durch die vielen flüchtlinge die zu uns gekommen sind die wir bestmöglich betreuen und integrieren und schulen und so weiter müssen wir machen das ist eh ganz klar und wie viel aus seinem budget dorthin wandert und ja zuerst kommt das fressen und dann die moral ich weiß nicht ich finde das irrsinnig schwierig und ich glaube die größte falle besteht darin dass sich die gruppierungen gegeneinander ausspielen lassen aber ich glaube zu sagen kunst entsteht auch dort wo sie nicht entstehen darf ja aber die leute müssen von was leben und das wirklich grobe und schwierige problem ob sie jetzt mit 10 ist oder eine förderstelle man wird permanent in eine bittsteller position gebracht und das ist widerlich unwürdig und wenig inspirierend vielleicht ganz klar noch einmal ich suche noch immer nach der antwort wo ziehe ich die gewichtsgrenzen wo setze ich die prioritäten da können wir uns ja anhören wie jemand der also projekte künstlerische projekte betreut hat die diesen kritischen anspruch haben und die subventioniert worden sind was er dazu sagt es sind ja nicht nur die projekte subventioniert worden sondern auch wir das interessante ist nämlich dass sie genau die förderpolitik beschreiben also wie das funktioniert man setzt bestimmte kriterien also wenn ich ein kunstprojekt machen will setze ich mich hin mache eine einreichung dazu das muss muss das burgtheater genauso machen wie halt einfach ein individueller künstler der eine ausstellung machen will schreibt eine einreichung mache ein budget und muss das danach auch noch abrechnen und so weiter es ist halt einfach in diesem teil ist halt einfach kunstarbeit also es ist halt einfach nicht so dass es das ist ja irgendwie so stattfindet und das machen unter anderem sehr viele künstlerinnen die sehr viel weniger gut haben wie wir also wir haben ja auch teilweise ein bisschen luxusproblem weil sowohl die förderpolitik oder die 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 förderung relativ förderstrukturen relativ stabil sind bei uns und dann gibt es auch keine großen repressionen oder gar keine vielleicht repressionen im vergleich aber sehr viele künstlerinnen die in ländern an kunst arbeiten an kultur arbeiten machen dass sie auch nicht im luft leeren raum sondern werden sehr oft von unterschiedlichen seiten unterstützt also unter anderem von internationalen festivals von von institutionen und so weiter also das ist normal da nur wie wir das bei wien woche gemacht haben war halt einfach dass wir ganz klar für das was wir machen wollen bei wien woche und das schließt noch nicht die künstlerische freiheit aus aber gesagt haben wien woche arbeitet so und so wissen ein zweiwöchiges festival das heißt man muss halt einfach irgendetwas machen was da drinnen stattfindet und dann halt einfach unterschiedliche kriterien aufgezählt haben und dann haben wir eine ausschreibung damit gemacht wo halt einfach 100 bis 200 projekteinreichungen gekommen sind und dann haben wir zum beispiel eine öffentliche beiratssitzung gemacht das gibt es in wien tatsächlich nicht zum beispiel ja also die ganzen förderstellen die in wien gelder vergeben sei es jetzt das pka das kulturministerium das sind immer gibt sondern staatssekretariat sozusagen oder die stadt wien auch macht keine öffentlichen beiratssitzungen das heißt als künstler reiche ich ein projekt ein und weiß überhaupt gar nicht warum diese gruppe von menschen die in dieser jury sitzt die ich öfter auch gar nicht kenne also das wird ja auch teilweise gar nicht bekannt gegeben dagegen oder dafür sich entschieden hat also das ist ein wesentliches problem nämlich halt einfach im sinne der transparenz auch und beziehungsweise es sollte so sein dass ich beim nächsten mal wenn ich etwas einreiche weiß was habe ich falsch gemacht wenn ich es nicht bekommen habe und da drin gibt sehr wohl unterschiedlichste kriterien es gibt dann halt einfach auch unterschiedliche ausschreibung wo es dann um interkulturelle themen geht zum beispiel ja das heißt halt einfach ich muss mich auch irgendwie anpassen schauen was reiche ich wo ein auf welche weise und so weiter und und ich finde sehr wohl dass es die aufgabe des staats ist das sehr wohl zu machen ich finde aber dort die kritik wäre nicht wo jetzt kunst ganz frei wenn schon ohne staatliche förderung oder nicht sondern die frage wäre halt einfach wie kann der staat halt einfach wie in jedem anderen bereich auch wenn es um die um die um den bau einer kreuzung geht oder einer eines kreisverkehrs tut das muss der staat ja auch transparent aufschreiben und halt einfach bestimmte angaben dazu machen warum halt genau diese firma diese diesen diesen auftrag bekommen hat das macht der staat jetzt gerade nicht es ist auch ganz es sind halt einfach die förderstrukturen sind zwar stabil aber gleichzeitig auch so dass halt einfach große institutionen sehr sehr viel geld bekommen und freie künstlerinnen sozusagen sehr sehr wenig geld bekommen von dem also wenn man sich im verhältnis anschaut ja ich möchte jetzt dann wenn interesse besteht bald ins publikum gehen wenn es ganz schnell die frage von was wäre besser also transparenz der entscheidung ganz klar sofort ich glaube bei jeder art von verwendung öffentlichen geldes dann passt schon ganz typisch dass das nicht passiert aber mich für den kriterienkatalog interessieren ein 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 genau ein eine forderung die halt einfach von interessensvertretung beziehungsweise auch von der freien szene sozusagen immer wieder kommt ist halt aber mehr geld für die freie szene und weniger an die großen institutionen das halte ich gar nicht mal so richtig ich denke halt einfach dass die freie szene auch die möglichkeit bekommen sollte in die großen institutionen zu gehen weil die freie szene also die leute die aus freien stücken beziehungsweise auch in weniger institutionellen zusammenhängen kunst machen kulturarbeit machen zeigen oder sind eher in den also wie soll man sagen zeigen er die gesellschaftlichen verhältnisse auch bis zu einem decken eher ab als jetzt die großen institutionen das sind halt einfach ganz ganz große institutionen wie das burgtheater also wie die großen theater und so weiter die oper in denen halt einfach kein thema ein thema sind ist das verhältnis männer frauen ein thema ist das verhältnis wir leben in einer stadt in der 40 prozent irgendein diesen guten ungutes wort in der migrationshintergrund haben wir mal schauen mal die kulturinstitutionen an die sind halt einfach nicht da drinnen ja außer als putzfrauen in der in der buchhaltung und 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 wenn es geht im sponsoring und so weiter ich denke halt einfach es geht hier auch darum die kultur für also die steuergelder die wir dafür ausgeben zum wohle aller in der gesellschaft auszugeben und das meinte ich vorher die gut das kulturfeld ist aus dem gesellschaftlichen machtverhältnis nicht ausgenommen ist ganz genau da drinnen im kulturfeld finden genau die gleichen ausschlüsse statt wie sonst in der gesellschaft auch im kulturfeld finden genau die gleichen ausbeuterischen arbeitsverhältnisse statt wie teilweise auch woanders und das zu ändern ist halt einfach die aufgabe meiner meinung nach der politik wenn sie sich überhaupt beteiligt dann an an der förderung von kunst und kultur aber da gibt es ja dann jetzt nach meiner laienhaften ansicht zwei möglichkeiten wieder mal sucht künstler und künstlerinnen mit dem sogenannten migrationshintergrund oder verstärkt künstlerinnen statt künstler also eine art quotierung bei den personen oder so eine art von inhaltlicher quotierung die aber dann wieder bedeuten würde dass sich die öffentliche hand in die inhalte einmischen das tut sie aber sowieso wenn ich eine großartige schauspielerin wie die julia steinberger auf der bühne sehen will und ich habe das privileg ein vernünftiges einkommen zu beziehen finde ich das völlig in ordnung dass ich dafür auch einiges an geld hinlegen muss ich glaube es wäre schon ganz toll wenn wir bessere systeme hätten dass die die gar nichts verdienen oder nicht gut verdienen genauso können aber das war dann eher die subjekt förderung als die kunst förderung ich glaube also kunst dafür auch was kosten hoffentlich ich kann allen folgen was sie gesagt haben der kategorische imperativ der kunst förderung ist das noch nicht und den würde es glaube ich dringend brauchen das wäre glaube ich ein ganz spannendes projekt wenn sich kulturschaffende dazu verständigen würden was denn eine allgemeingültige regel ist die jeder und jede für und gegen sich gleichermaßen gelten lassen das geht es geht ihm nicht weil 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 das so vielfältig ist und 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 weil ich weiß nicht ich sage jetzt was ganz blöde ist wenn man eben die sache mit dem kreisverkehr oder eine toilettenanlage irgendwie ausschreibt dann dann ist irgendwie klar das sind halt kloschüsseln und rölln und spügel was weiß ich was da alles dazu gehört das ist relativ also das kann sich nicht so vielen so viele verschiedene richtungen bewegen aber aber kunst ist eben alles von einer irren installation bis zur josefstadt dass das ist es und und es ist ein es ist nicht so ein greifbarer begriff es ist ein luftwesen ja weiß also das was ich nur sagen wollte darum ringen ganz viele schon sehr lange und was aber auch klar ist und das kann ich jetzt nach 25 jahren oder 27 jahren dass diesen beruf ausüben was erschreckend ist was in diesen 27 jahren an kürzungen stattgefunden haben und in was für ein in was für unglaublich prekären lebenssituationen künstler vegetieren müssen teilweise also das hat sich in diesen letzten 25 jahren unglaublich verschlechtert das ist erschreckend ja gibt es fragen bemerkungen aus dem publikum bitte hier ich glaube es gibt auch ein mikro genau das kommt schon oder gibt es ein mikro da drüben ist in der zweiten reihe ganz auf der seite lenny riefenstahl hitler picasso stalin danunzio mussolini in österreich ich muss nicht peter hanke und milosevic vergessen welche kunstform dient diktatoren am besten und welche kunstform dient demokratie am besten vielleicht sollte man das gleich versuchen direkt zu beantworten also das erste was mir einfällt ist ich habe bei weiß ich nicht das was mir immer auffällt ist wenn sie so stark eingrenzen bei den diktatoren finde ich immer nie an humor ich glaube dass das tatsächlich ein ganz ganz wichtig und zwar nicht im sinne von lustig sondern im sinne von über sich lachen dürfen können sich in frage stellen dürfen können weiß nicht ob das eine antwort ist aber das ist das was ich was das erste war was mir an 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 bild und an impetus gekommen ist und und das ist ganz wichtig ist dass dinge kontrolliert werden müssen also mein bisschen meine erfahrungen mit dem orf zum beispiel also ich will nicht sagen dass das ein diktatorisches system ist aber aber durchaus ein abgeschlossener kosmos der ganz viele regeln hat viele do's and don'ts und da geht es wahnsinnig darum dass es kontrolliert ist weil wo kommen denn hin wenn die leute machen was wollen also ich glaube schon dass es diese diese elemente gibt also ich hätte anzubieten auch wieder nur parameter je größer der künstler oder die künstlerin umso kleiner muss die eitelkeit sein und nicht der diktatorischen versuchung zu erliegen in ihrem ressort geniale menschen und ich nenne ganz bewusst auch lenny riefenstahl die sicher einen ungeheuren kraft in der gestaltung von bildern hatte oder der eine oder andere später berühmt gewordene dirigent die sich dann gerechtfertigen aber ich wollte doch nur meine kunst machen und wer wenn nicht das aktuelle regimen hätte mich finanzieren sollen das ist ein hohes maß an eitelkeit und eitelkeit samt künstlerischer kompetenz ist glaube ich jedenfalls eine sehr gefährliche eigenschaft die demokratie nicht dient ich glaube nicht dass es eitelkeit allein ist es ging ja noch es ist opportunismus also andere haben gesagt dann mache ich lieber keine kunst bevor ich mich von denen finanzieren lasse das das wäre die bescheidenheit oder der nicht opportunismus ja oder die werthaltigkeit wir können uns glaube ich nur wünschen dass großartige künstlerinnen auch ein sehr stabiles wertegerüst haben das würde glaube ich in ihre richtung am besten schützen das ist ein wichtiger punkt welche kunst in der demokratie vielleicht mit mikro genau danke mariana granditsch ich bin vom menschenrechts master der universität wien aber genau daran anschließend das problem was ich daran dann sehe im nachhinein diese diskussion über diese künstler wie auch über karian und vor allem bei uns in österreich das will man dann gar nicht wissen oder das sind die sind der nest beschmutzer die sagen dass der karian vielleicht ein opportunist war er hat ja nur seine kunst gemacht und darin sehe ich auch schon dieses kunst verständnis bei uns oder ich weiß nicht wie sie das sehen dass das einfach nicht einmal in frage gestellt wird sozusagen diese rolle die künstler dann in einem diktatorischen system einnehmen und und das ist für mich ein grundproblem weil das dann weitergeführt wird ja aber da geht es ja nicht nur also der opportunismus ist ja nicht nur geparkt bei der kunst geht da geht es ja ja aber da geht es ja überhaupt darum was für eine gesellschaftsform haben wir und es ist einfach so dass das ein geist herrscht der sagt wer am schnellsten durchs ziel geschossen ist möglichst viele leute dabei zu fall gebracht hat und am meisten für sich gerafft hat ist für uns ein gewinner in dieser gesellschaft das sind die leute die applaus kriegen also dann müssen wir wenn wir über die künstler und den opportunismus reden das ist der geist der überall herrscht oder wobei ich das noch ergänzen würde ich meine ein künstler kann ja auch ein nazi sein also es geht ja nicht nur um opportunismus also also beim karam würde ich jetzt auch nicht einmal so sagen oder riefenstahl das ist klar aber genau dieses dazwischen großer künstler aber er war ja nicht grundproblem also das ist für mich ein grundproblem wie sie richtig sagen auch heutzutage sehe ich es permanent vielleicht passt an dieser stelle eine frage die wir noch nicht berührt haben nämlich der internationale zusammenhang ich meine vielleicht kann ich sie herr parzel das so fragen wer sind die großen künstler die sich international derzeit von diktaturen nicht einkaufen lassen was charakterisiert diese personen da fällt mir sofort zum beispiel ein als sicher nicht der einzige mein kulturwissen ist leider erschreckend begrenzt aber das ist jedenfalls ein ganz ein toller mann von dessen kunstig nicht sehr viel verstehe ich sehe manches das mich beeindruckt dass ich über die nicht anmaßen da jetzt der kunstkritik zu machen aber ganz offensichtlich genügt es dass er sich nichts von seinem system hat korrumpieren lassen es bleibt die frage offen ist seine kunst zu regimen gefährden in china oder hat er dennoch viel schlimmeren fehler gemacht seine prominenz zu nutzen sich politisch zu artikulieren also das kommt natürlich gar nicht gut und und das führt zu einer parallel frage wie weit ist es denn moralische oder gewünschte erwartung um nicht pflicht zu sagen die prominenz die kunstschaffenden manchmal zuteil wird dann jedenfalls nennen wir es mal gesellschaftspolitisch wertvoll zu nutzen oder darf ich einfach nur toller künstler oder künstlerin sein und selbst durchaus meine politische meinung haben aber mich nicht politisch der guten sache widmen also aber ganz sicher prominenz ist gefährlich für diktatorische für menschenverachtende systeme und weil weiß ich ja nicht der einzige aber das für mich so ein zentrales beispiel da glaube ich da jetzt als als themandefinierer gut funktionieren kann hier ist jetzt eine frage in der ersten rei danke sehr ich hoffe dass mein deutsch reicht für die frage nennat schewecke ein tourist in wien die tribune heute heißt mit kunst die welt retten muss ein künstler die kunst hinter sich lassen verlassen um das welt zu retten ich denke über glenda jackson ich habe gerade gelesen dass sie kommt zurück auf die bühne nach 25 jahren war sie ein mitglied von dem britischen parlament sie wird königlier spielen übrigens jetzt im september also muss ein künstler die kunst verlassen um das welt zu retten oder ist es möglich durch die kunst dass die welt zu retten ich hätte gesagt ja ich weiß es nicht wie wir also ich geben also wenn sich diese künstlerin oder der künstler vorstellt die welt retten zu wollen zu müssen dann kann man das auch mit der eigenen arbeit machen oder versuchen zumindest also ich denke halt einfach dass die großen autorinnen die großen schauspielerinnen die großen regisseure die großen theaterleiterin und so weiter sicher nicht gedacht haben ich gehe jetzt einmal in die politik für sechs monate und dann komme ich wieder zurück oder für zehn jahre von mir aus um halt einfach politisch etwas zu erreichen ich meine die ganzen beispiele die am anfang gebracht ist eine hochpolitische arbeiten die wirkliche wehtun sollen auch und ich glaube diese möglichkeit durch die kunst durch die sprache durch die geschichten die man erzählt einfach auch weh zu tun und halt einfach aufzuwecken und anzurufen ist halt einfach das ist halt kunst unter anderem weil du gesagt hast geschichten erzählen ich habe in den letzten vier jahren mit meinem mann wir haben drei filme produziert zu gesellschaftspolitischen themen einmal ging es um griechenland dann 2013 2014 lampedusa und letztes jahr über das integrationshaus in wien und da habe ich eine sache gelernt das dass das bei bei schwierigen themen wird oft nur mit information gearbeitet als ich sehe informationen wird wissen vermittelt was griechenland angehen damals das war für mich so der der impuls zu sagen das geht ja nicht da war jeden tag ein neuer wirtschaftsspezialist mit einer neuen idee warum das so ist und wie man das jetzt anders macht und jeden tag wurden die griechischen finanzen und menschen wie ameisen von einer seite auf die andere geschoben und und ich bin irgendwie so dazwischen und das geht überhaupt nicht halt freunde in dem moment wo wir in so einer situation das individuum aus dem aus den augen verlieren und nicht mehr über das individuum erzählen dann haben wir alle zusammen verloren und ich glaube also das war damals für mich der 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 anstoß diese filme zu produzieren und zu erzählen und dann wurde ich gefragt aber was ist das was sie da machen sind das jetzt dokumentationen oder essais oder was ist das was sie da machen und ich habe lange überlegt was ist es was mich antreibt und fand dann irgendwie eine beschreibung wo ich gesagt habe ja die sind in der form künstlerisch im inhalt politisch und im kern sind sie solidarisch und und ich glaube dass kunst etwas kann durch das geschichten erzählen zusammenhänge herzustellen brücken zu bauen verständnis zu kreieren für dinge die leider durch information allein nicht funktionieren und weil wir das über das welt retten oder ob die kunst die welt retten kann auch da finde ich muss man ja genauer oder noch oder weiter denken kann jeder einzelne von uns die welt retten ich glaube schon eigret wird uns wir können es nicht und das genau ist die falle und und so kann aus dem kollektiv von lauter welt retten etwas sehr gutes entstehen und so kann aus dem kollektiv von kunstschaffenden ein feld entstehen das einen unterschied macht aber ich glaube dass das ist nicht so ein abgeschlossener also kunst ist kein abgeschlossenes gebiet aber da hat die kunst gar keine spezialstellung ich glaube jeder der seinen job mit leidenschaft und respekt für menschenwürde macht kann dort die welt retten das kann ich an der kasse beim biller genauso wie als der lenker einer straßenbahn oder die lenkerin einer straßenbahn mit der kellner im kaffeehaus wie künstler wieder menschenrechte also das ich muss meinen beruf lieben und die menschen mit denen ich dabei zu tun habe und der anstand begegnen aber eine zwischenbemerkung nur ich meine vielleicht ist dann die künstlerische auseinandersetzung auch ein ausweg gerade bei solchen themen was sie jetzt angesprochen haben aus dieser jetzt sehr starken lügenfalle in der alle menschen die so wie ich sich mit nachrichten in medien beschäftigen sich voll in dieser befinden weil menschen die versuchen nachrichten zu vermitteln werden derzeit permanent bezichtigt dass sie lügen und dass sie nicht sagen was wirklich ist die künstlerische auseinandersetzung jedoch hat ja dann eine viel größere Möglichkeit man kann einen künstler nicht der lüge bezichtigen oder naja der große unterschied ist dass das eine bei uns und filmen in der unterhaltung mit dem ORF meinem besonderen freund war immer die sache ja aber aber das muss man ja objektiv darstellen und das muss man von allen seiten und Journalisten muss und Ausgewogenheit und bla und blub und ich habe gesagt ja aber erstens einmal sammle keine Journalisten und zweitens ist ja das ganz wichtige bei einer künstlerischen Arbeit dass es einen ganz subjektiven Punkt gibt von dem aus ich ein Thema betrachte und das Ergebnis mag jetzt gefallen oder nicht aber das ganz wichtige ist dass ich es zulasse dass ich es einmal durch mich durchgehen lasse und das ist das glaube ich was künstler machen sie machen sich so weit auf dass die Fragen die da draußen sind durch ihr System durchgehen und das sind unglaublich schmerzhafte Prozesse und wenn man es ehrlich betreibt kann es echt sehr ungemütlich sein aber das ist das was sie an Beitrag leisten können wir sind nicht für Information zuständig sondern wir sind für Emotion zuständig und für eine herzergreifende Subjektivität und die muss man der muss man Raum geben Hannes Tretter ich glaube auch dass Kunst das Potenzial hat die Welt zu retten aber in der Realität wird sie es nicht alleine können da bin ich beim Heinz Batzl ja alle das Kollektiv das Zusammenspiel aber weil Kunst eben etwas Besonderes ist glaube ich kann sie ganz ganz maßgebende Signale setzen sie kann wahrscheinlich viel besser als der Realist Geschichten erzählen die Sinne wie ich eingangs auch gesagt habe greifen und Menschen zu etwas bewegen und ihr subjektiver Zugang gefällt mir sehr gut weil ich glaube Kunst kann nicht lügen Kunst ist etwas was ja über der Realität steht ja quasi von der Realität sicherlich auch lebt aber etwas überhöht etwas aus dem realen Zusammenhang herausgreift ja die Geschichte für sich erzählt und das kann nie das kann nie eine Lüge sein nach meinem Empfinden eine schöne Lüge das ist eine schöne Lüge ja das ist eine schöne Lüge und das liefern sie mir das Stichwort die schöne Lüge ich glaube aber sehr wohl und das lässt sich an vielen vielen Beispielen zeigen und das hat für mich etwas Faszinierendes dass Kunst im Stande ist Leben zu retten auch das eigene Leben zu retten wenn ich daran denke wie viele Menschen im KZ überlebt haben weil sie Gedichte geschrieben haben weil sie es vielleicht auch geschafft haben ausgewählt zu werden in einer Musikkapelle Musik zu machen und daher das Grauen im Schönen überlebt haben aber mit dem Schönen das Grauen überlebt haben und für mich sehr beeindruckend ist in dem Zusammenhang auch der Film von Roberto Benigni La Vita e Bella das Leben ist schön wo er mit seinem Sohn in ein KZ kommt und ihm und sich selbst quasi das schöne Leben vorgaukelt ja letztendlich eine Lüge und trotzdem wieder keine Lüge weil zumindest sein Sohn überlebt überlebt dieses Grauen Bitte, hier ist eine Frage Ich wollte nochmal dazu zurückkommen zu Unterschied Demokratie, Diktatur, Künstler Position von Künstlern liegt nicht auch ein ganz großer Unterschied drinnen bei Demokratien dass es ums Fragestellen geht also Künstler die Frage stellen und Künstler in Diktaturen würden Punkte setzen Heroisierend 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 also ein Regime bestätigen und dann gerade was sie gesagt hat zu Humor ist nicht auch Ironie die eben Kunst ausmacht und gerade die subjektive Sicht und ich würde dann sogar vielleicht einen Schritt weiter gehen um zu fragen kann Kunst in Diktaturen wenn sie Punkte setzt und nur bestätigt kann es dann überhaupt als Kunst im politischen Sinn wahrgenommen werden weil sie eben auch um ins Fragestellen geht Satire ist genau das also Satire ist also die Kunstform die halt einfach auch unter Repression egal ob das jetzt in einer Diktatur ist oder nicht halt einfach die da oben sind ja nicht 10.000 die oberen 10.000 gemeint sondern die die halt einfach die Macht haben einen zu schweigen zu bringen halt einfach auch lächerlich zu machen zu entwaffnen und so weiter also klar kann Kunst das und das ist immer noch Kunst genauso Karikatur und ich glaube das kann man ja auch damit zusammenfassen dass man sagt lustig ist was ich sage Gut, aber Sie haben jetzt nur kurz mit Satire und Karikatur genau die beiden Kunstformen angesprochen die derzeit für die meisten Diskussionen sorgen also Satire Böhmermann Karikatur die Mohamed Karikaturen also ja was sagt das dann für den Zustand der Gesellschaften in der diese beiden Kunstformen so umstritten sind vielleicht nur den Raum gestellt aber bitte da ist auch eine Frage danke danke schön ich möchte eingehen auf Ihre letzte Frage aber auch auf die frühere Frage von Vorbildern oder bekannten Künstlern und die auch in der Politik waren und ich möchte Ayan Hirsi Ali erwähnen ich weiß nicht ob sie hier so bekannt ist ich glaube nicht aber Theo van Gogh ist Ihnen alle bekannt sie hat mit ihm zusammen einen Film gemacht der heißt also 10 Minuten lang ist glaube ich noch auf YouTube der heißt Submission und in diesem Film wird gezeigt es wird auf einem nackten Frauenrücken werden in arabischer Schrift oder Kalligrafie werden Koranverse die aufgemalt die die Frauenunterdrückung die Submission von Frauen zeigen deswegen ist Theo van Gogh und auch wegen seiner meiner Meinung nach schon beleidigenden Äußerungen oder ordinären Äußerungen so ähnlich wie Böhmermann über über Muslims erschossen worden und der Mörder hat auf seinem Körper mit auf einen Zettel geschrieben der nächste die nächste ist Ayan Hirsi Ali und Messerrein also und Ayan war es ist eine interessante Biografie sie war Flüchtling sie ist aus Somalia geflogen nach oder sollte geflogen werden nach Kanada um da einen anderen Somali zu heiraten und ist bei einer Zwischenlandung in Deutschland aus dem Flugzeug gestiegen und kam nach Holland hat dort Politikwissenschaften studiert sehr ausgezeichnet studiert schon wissenschaftliche Artikel publiziert und ist dann Parlamentsmitglied geworden im holländischen Parlament von der sogenannten Freiheitspartei die auch jetzt in der Regierung ist die Christdemokraten haben sie nicht genommen weil sie Muslima ist die Arbeiterpartei haben sie nicht genommen weil sie nicht also da sie diesen Hintergrund genügend proletarischen Hintergrund hatte also ging es in diese liberale Partei und hat sich dort sehr ausgesprochen gegen politischen Islam ja also nach diesem Vorfall musste sie Bodyguards bekommen das war dann den Holländern nach ein paar Jahren zu teuer und dann ist sie nach Amerika gegangen und arbeitet für eine Think Tank publiziert weiterhin zu ein also gegen den politischen Islam und auch hat ein neues umschreiben wie sollte der Islam Menschen oder der Koran Menschen rechtlich formuliert werden und man sieht sie auf Talkshows und so weiter aber sie ist meiner Meinung nach schon ein Beispiel von Mut von Provokation von künstlerischen Denken von Intellektualität und auch von politischem Engagement und es ist nicht nur Kunst rettet Leben aber Kunst bedroht auch das Leben also das macht auch wieder den Bogen zum Beginn der Diskussion als sie über ihre Bedrohungen gesprochen haben Ja und jetzt ist das eine Frau also die sind weit gegangen und darüber können wir ja diskutieren ich finde es ganz heikel jeder von uns wird eine Meinung darüber haben wie Herr Böhmermann das hätte anders machen sollen oder auch nicht aber als Gesellschaft darf es keine Diskussion sein jeder von uns kann eine andere Meinung haben und ich kann nur von den letzten drei Tagen berichten wegen einer Kleinigkeit ist in Österreich in Wien zum zweiten Mal jetzt innerhalb eines dreivierteljahres etwas über mich hereingebrochen wo ich sage ich bin jemand ich fürchte mir nicht leicht aber wenn das jemanden widerfährt der ein etwas ängstlicheres Wesen hat der geht nicht mehr vor die Tür und das Interessante ist es gibt nicht viel Schutz also ich habe mich kundig gemacht und habe hergezeigt was ich da geschickt bekomme es sind offene oder eben nicht ganz offene Drogen und dann sagt man mir naja aber sie stehen ja in der Öffentlichkeit warum haben sie das gesagt super super und 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 das das finde ich schwierig wobei ich sicherlich nicht den Fehler machen werde mich hier als Opfer darzustellen also das macht die andere Seite gerne ich nicht na gut aber jetzt also dass es jetzt schon eine konkrete Frage gibt es tatsächlich im österreichischen Rechtssystem in einer solchen Situation eine Künstlerin aufgrund einer Äußerung also mit einer Anzeige bedroht wird und aufgrund dessen dann Drohungen bekommt gibt es tatsächlich keinen Anspruch auf Schutz ich meine vielleicht also ich kann nur ich habe mit ich habe mit einem Spezialisten zum Thema rechtsextremer Hetzerei im Internet mit dem bin ich in Kontakt mit und habe ihm regelmäßig Dinge gezeigt und er sagt das ist alles so formuliert und alles noch so gemacht dass wenn ich und er hat dann auch gesagt schau Katharina der Rechtsextremismus ist in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen und und ja und und der Verfassungsschutz ist rechts unterwandert und von du mit sowas dort hinkommst da musst du vorher weiß ich nicht also wenn du vorher gestorben bist dann ist es leichter und und man ist fassungslos also ich will mir nicht ausrechnen was irgendjemanden in diesem Land 2016 passiert der wirklich was sagt da pfff genau also ich weiß nicht ich will es mir nicht verdrissen lassen ich auch nicht ich für meinen Teil teile aus und 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 habe gar kein Problem damit auch einzustecken solange es irgendwelche Grenzen nicht überschreitet also die persönliche Gewaltdrohung da ist Schluss mit lustig und die kann jetzt cleverer oder weniger cleverer formuliert sind ich bin überzeugt davon dass sie Personenschutz bekommen würden wenn sie ihn verlangen würden ich halte das für unerträglich es gibt kein engeres korsett als wenn sie laufend von drei vielleicht sogar netten kobrabeamten begleitet werden ja das Problem ist ja das Problem ist ja nicht in aller Härte das mag sehr theoretisch klingen jetzt aber das muss man führieren nein nein das Problem ist man ich hatte eine Familie das ist immer der Punkt meine Person mein Gott nein wenn man die Gäste aufweist muss man es aushalten aber man hat eine Familie man darf sich auch über sich selber fürchten das ist nicht unanständig das ist ganz legitim ich für meinen Teil weiß wenn irgendjemand will kann er mich an jeder dunklen Ecke erschlagen und damit habe ich mich abgefunden und ich lasse mich deswegen nicht Mutnot machen ich glaube das ist in Österreich einfach viel viel weniger wahrscheinlich ist die Alternative ist einfach die Groschen halten oder hier und da zumindest in den Onlineforen Objekt der Betätigung zu sein und ich halte es an sich nach wie vor für eine Auszeichnung aber das werden nur die die wehtun ich glaube da passt schon ich weiß nicht wer es gesagt hat dieser Spruch the only thing you have to fear is fear itself also ich glaube dass das auch genau die Phase in der das ganze sich derzeit befindet in Österreich paar Tage vor dieser Wahl und so auch darstellt ich möchte jetzt noch fragen ob es noch Fragen Stellungnahmen aus dem Publikum gibt ja bitte ich habe mir die ganze Zeit gedacht wenn Kunst die Welt retten soll dann wäre es ja vielleicht gescheit wenn wir alle in gewisser Weise auch Künstler ist natürlich ein besetztes Wort ja viel mehr uns mit schöpferischen und Kunst auseinandersetzen das heißt kategorisch vielleicht könnte man sagen wir leben nicht das ist auch so ein plakativer Satz vom Brot allein aber der Mensch an sich ist sozusagen nicht nur ein Essender sondern auch ein Schöpfender das heißt warum das gefördert werden soll oder warum das sozusagen zur Gesellschaft zum Menschsein dazu gehört ist ja quasi weil uns das angeboren ist und daher quasi auch das Feld da sein muss und die Förderung und die auch in der Schule natürlich man weiß ja dass die künstlerischen Fächer immer weiter zurückgedrängt werden zugunsten dieser doch wie soll man sagen Skills insgesamt das heißt die Welt würde wahrscheinlich schon retten wenn wenn wir uns einzeln ganz anders zur Kunst positionieren würden nicht als etwas was auch dazu gehört sondern als etwas was unser Menschsein ausmacht vielleicht das wäre die Grundidee total ausgereift finde ich ja ich wollte auch sagen so ausgereift waren wir gar nicht gut aber ich glaube wenn jetzt es aus dem Publikum keine Fragen mehr gibt ist das auch ein sehr guter Schluss also normalerweise frage ich in einer letzten Runde immer wie glauben sie dass sich die Situation entwickelt das glaube ich das schließt sich jetzt aus in der jetzigen Situation das kann man einfach nicht sagen in dem Sinne ja danke ich für die Diskussion und für die interessanten Beiträge die 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 qui die Б die 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 Vielen Dank.